no Scoop NEIN ME WHAT! Ich hab命 gewachsen hier BÖFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF StaH коちゃ été wie mit meinem Aeim Roush, please, hello team Oder wie Papa normally sagen würde Hello Team Hello Bliak Team Er hat schon 2, den wollte ich schon sagen Ja Flo, klauen wir nicht die Kills Nein, noch gar nicht Ja doch, wir klauen alle Kills Was ist der? Oh leider die Bomben, danke schon Egal, ich hab sie Die werden wir brauchen, hoffe ich mal nicht Höchst wahrscheinlich schon Oh nice Achtung, Flash No Spin, No Win oder was? No Spin, No Win Dafür mal deine Waffe hoch 31 2 3 Ich werde E-Deck für die letzte Ja bei mir, hab ihn Oh nice Ja jetzt will ich einen No Scope sehen, komm Nice Haha Flippe ich ihm denn gut? 51 in 1, Alter Ich hab ihn 61 in 2 gedrückt Ich hab ihm 51 in 1 Ja du hast ihn... Ja dann hat dein erster... Dann hat dein erster Shot ihn nicht getötet Obwohl er Half-Life hatte Half-Life Half-Life 2 Half-Life 3 Oh no, he didn't Hahaha Mate, muss schon schneller sein Jetzt stehen die schon... An der Ecke Oh my god Dahinten ist noch einer, gell? Der Wichser denkt, er kann hier rumjumpen wie er will Auf jeden Fall mit dir, gell? Mit Aug Mitbekommen Junge, was ist los mit mir? ABP, Gott Also Hä? Als ob da noch drauf war Verarschen? Ja, da hast du Geh doch Ja, guck du mal direkt On-Spot drauf Huh Alter, der hat mir erschrocken Drei Leute jetzt aimen aufs Short-Up Ja, kann sein, dass die noch durch CT kommen, gell? Ja, nice Alter Letzteres Short, glaub ich Ja, letztes Short Den war ich mit der Pistole, Alter Oder auch nicht Ich bin One-Hit Ich war One-Hit Ja, fick den so Das war der übelste Hack-Shot, Alter Boah, wer hat diese Flash geworfen? Einer ist bei Short Zieht man ja gar nicht Nein, nevermind Mission failed We'll get up next time Yo Eko? Warum Eko, Alter? Wir hatten so ein bisschen Smite Ich hab doch Geld genug Ich bin rausgebabbt Tupen Nehmen wir erstmal wieder reinbappen hier, was soll die Scheiße Alle schon weg Nice Komm, rush den Reiß in der Ecke Nein Boah Danke schön Flo Leben gerettet Jo Bester Mann Nein, ich hab ihn noch bekommen Ja, hast du Der ist aber auch stimmt Ja, der glaub ich auch Also Ja, der sollte auch zwingend auch sein Sch, sch, sch Gut, dann Wollen Du, nur einen Du, nur einen Du, nur einen Kann sein Stauern Nice. Wenn nicht mit der Deagle, dann halt mit der USP, die da gedroppt wurde. Die da gedroppt wurde. Wer auch immer die da hat fallen lassen. Ich. Das war meine. Na guck, du hast uns die Runde gerettet. Nice. Alter, ich bin erschrocken, wenn ich mich wieder wangele. Nicht ducken. Nice. Nice. Alter, voll am Kopf vorbei. Leck mich am Arsch. Nein. Von hinten. Warum sagt mir das denn keiner? Ich bin down. Ja, einer ist auf jeden Fall dabei. Einer ist noch on den Spot. Mhm. Nice. Vulture. Demolte T-Boom. Was ist denn da? Ha. 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 Okay. Ha. Super Saiyan. Ha. 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 wenn ich jumpe. Die haben jetzt Hex aktiviert. Ich sag's euch. Jetzt letzte Runde. So viele Runden hintereinander verloren. Die hatten schon längst angemacht. Also ich wäre da schon... Na was? Ich wäre da schon hart deprimiert gewesen. Jetzt gehen OneTips verteilt. Ich sag's euch. B ist keiner. Wir loggen's keiner. OneTap. Weißt du so? Bombe ist bei mir, gell. Oh, der Wixer. So, noch ein Bomb. Oh, der hat eine Schelle kassiert. Nein! Scheiß Huren so. Mach ihn! Nein! Fick deine Mutter! 85 in 3! Nein! Das war blöd! Ja! Mate, willst du mal was krasses sehen? Ja, bitte. Okay, dann pass mal auf. Ich hab dich erledigt. Hat dich erledigt. Okay. B? Tunnel? Oh, B, 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 B. Geflogen. Einen noch, dann hab ich einen Ace. Der letzte, dann hab ich den Reste drin, Alter. Komm! Äh, lauer Tunnel. Lauer Tunnel. Give him an Ace, give him an Ace, give him an Ace. Don't kill enemy. Ja, Mann! Ja, Mann! GG! Nice! Wo bussen wir uns rum? Kommt drauf an, ob wir als T oder CT anfangen, Mate. Fangen wir halt neutral an. Wenn das gehen würde. Mach ihn! Mach ihn! Mach ihn! Komm! Wuh! Er hat Butterfly. Habts gesehen. Er weiß, was er tut. Ist sogar Stat-Track. Geflogen. 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 Mit der MP9. Sehr schön! Very nice, Mate. Nice! Okay. Wow! Ich hab nen Shot kassiert. Ich hab ihn... Hilfe! Da ist ja noch einer. Ja, guck mal. Ich bin sogar Top-Frager. 66 Punkte. Ease. Du bist nicht Top-Frager. Doch. Nein. Weißt du, was Frags sind? Ja, natürlich. Was Frags sind, du Spaß. Ja, dann sag nicht, du bist Top-Frager, weil ich bin Top-Frager. Nein! Ich hab die meisten Kills, Junge. Ich hab die meisten Punkte halt im All. Ja, dann hast du gesagt, Points haben nix mit Frags zu tun, du Faggot. Ich hab die beiden photosysteme gemacht. Ich hab die beiden mit Frags zu tun. Hier ist nur bist du. Das ist nur den Kissen. Ich hab die beiden miten Frags haben, er. Ich hab die beiden auf.